Du bist ein junges, innovatives Unternehmen im Bereich der Technologie und du planst ein Vorhaben über ein oder zwei oder mehrere Finanzierungsrunden und brauchst dazu Geld? Nun, dann bist du heute hier richtig zum ERP-Startfonds. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Grupp Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir begleiten dieses Jahr Unternehmen oder Gründer dabei, ein Finanzierungsprogramm auch auf die Beine zu stellen, später zu wachsen oder das Unternehmen zu verkaufen. Nun, häufig ist es so, dass große Technologien, große Innovationen auch einen erheblichen Kapitalbedarf haben und hier sehen wir, dass der ERP-Startfonds 5 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Aber es gibt ein paar Kriterien und meine Aufgabe wird es sein, dich auf diese hinzuweisen und auch wo und wie du das beantragen kannst. Die erste wichtige Aufgabe ist, dass du ein Unternehmen bist, was jünger ist als 10 Jahre, also weniger als 10 Jahre am Markt. Das zweite ist, und da kommt die zweite Szene, dass du weniger als 10 Millionen entweder Jahresumsatz hast oder als, wenn du eine Kapitalgesellschaft bist oder bilanzpflichtig bist, weniger als 10 Millionen Bilanzsumme hast. Und das dritte ist, dass der Finanzierungsbedarf, wo die Beteiligung geschehen soll, dass hier eine Beteiligung geringer als 5 Millionen Euro ist und dass du mindestens ein oder zwei Vorhaben oder Finanzierungsrunden hast, wo maximal 2,5 Millionen Euro gebraucht werden. Denn diese 5 Millionen, die werden nur in Maximalanteilen von 2,5 Millionen pro Vorhaben, pro Finanzierungsrunde dann auch ausgeteilt. Das ist also ein wichtiges Kriterium. Dann, da schreibe ich mal rein, maximal 2,4 Millionen pro Vorhaben. Das vierte ist, dass du für den anderen Anteil einen Lead-Investor brauchst. Also du brauchst einen Lead-Investor, der genau mit der gleichen Summe auch in die Finanzierung eintritt. Nun, es kann ein Privater sein, das kann ein anderes Unternehmen sein, es können auch öffentliche Lead-Investoren sein, nur bei Letzteren muss man darauf achten, die De Minimis-Regelung dann auch dabei zu berücksichtigen. Das ganze Förderprogramm, ERP, European Recovery Program, wird in der Regel dann als Antrag gestellt über die KfW. Und da gibt es eine Seite, kfw.de 136, das läuft direkt über KfW in Bonn, kann dann dieses Vorhaben dort beantragt werden. Wichtig ist nur für die Gesellschaft, da ist ja meistens eine Kapitalgesellschaft, die dann Antragsteller ist, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer, wichtig ist, dass dann nach der Beteiligung, weil das Beteiligungskapital ist, dass immer noch der Antragstellende Geschäftsführer, der auch Gesellschafter ist, mindestens noch 25% der Anteile dann auch noch hält. Das kann der Gründer sein oder die Schlüsselperson, die das Unternehmen weiterführt. Das kann sehr vorteilhaft für dich sein, wenn du Beteiligungskapital suchst und auch bereits ein Lead-Investor hast, um das Kapital zu doppeln. Entscheidend ist hier nur, dass das Pari Passu, also dass das gleichteilig finanziert wird von dem ERP-Staatfonds. Also wenn der Lead-Investor nur 100.000 bringt, kriegst du auch nur 100.000. Bringt der Lead-Investor eine Million, kriegst du auch eine Million. Also das ist wichtig für deinen Finanzierungsplan. Ansonsten ein wunderbarer Fonds. Wichtig ist auch, dass du hier die Sicherheiten berücksichtigst, denn in diesem Programm stellt die KfW nicht Sicherheiten wie in anderen Programmen, wo es 50 oder 80% der Bürgschaften gibt. Solltest du weitere Fragen haben für dieses Fördermittelprogramm, dann nutze gerne den Gutschein hier im Folgenden für ein kostenfreies Erstgespräch. Unsere Berater und auch ich helfen dir gerne dabei, den entsprechenden Antrag zu formulieren, Finanzbahnen zu stellen, vielleicht auch Kontakte zu Lead-Investoren zu geben. Gerne kannst du aber auch unseren Kanal abonnieren, weiterempfehlen. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinem Vorhaben, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.